Hallo liebe YouTube- oder auch Facebook-Fans, heute geht es mal um die Aufzüge in der Uniklinik Essen. Ich bin gerade hier stationär, deswegen habe ich mir hart gedacht, ich mache mal kurz ein Video. Ich hoffe, uns sieht jetzt keiner. Alles frei. Die Marke des Aufzugs heißt Schmidt-Aufzüge. Dann gehen wir doch gleich mal hin. Es befinden sich hier im Hause 2. Nummer 1. Nehmen wir den doch mal, oder? Ich würde mal sagen, für unten. Ich finde den von innen relativ edel. Können zwar besser sein, aber für ein Krankenhaus reicht das dicke. Du wirst es sehen. Guck mal hier. Schön. Hier ist schon irgendeine Klappe. Noch kein Plan, wozu das ging gehört. Sicherlich nicht für den Aufzug. Fahr mal ein E. Der ist auch sehr schnell. Muss ich sagen. Ui. Hier ist schon irgendeine Versammlung. Was weiß ich. Das ist Nummer 1. Fahren wir mit der 2. Und fahren jetzt mit dem anderen runter. Gibt ja 2, habe ich ja gesagt. Und dann mit dem Spiegel. Das heißt, in der Leuchtung spiegelt sich. Und schlicht. Ich drücke mal kurz auf Pause. Nicht, dass wir Leute sehen und die Bullscheins nicht filmen. Bis gleich. So, hier befindet sich Nummer 2. Der steht auch gerade bei uns. Den nehmen wir jetzt gerade mal. Das ist eigentlich vom Baumodell selber. Nur unterhalb von anderen. 34 Personen. Was will man denn mehr? Das war's schon. Tschüssi. Vielleicht. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.